In Hohenau hat es sich herumgesprochen, dass wir Paraguay verlassen haben. Heute will ich darauf eingehen, warum wir Paraguay verlassen haben und was die Beweggründe für uns waren und ob es quasi eine endgültige Entscheidung ist. Bevor ich auf den Punkt komme, möchte ich auf zwei weitere Punkte eingehen, die mir sehr am Herzen liegen, die ich auch mit den Zuschauern auf diesem Kanal teilen wollte. Zum einen, ich wurde von vielen verurteilt. Auf einer Seite, ja, ich würde mich hier mit diesem YouTube-Kanal bereichern. Ich möchte an der Stelle einfach mal offenlegen, was ich mit diesem Kanal verdiene. Es gibt immer diese zwei Seiten. Die eine Seite, die sich lustig macht und sagt, es ist irgendwie total nicht lohnenswert, YouTube. Und dann gibt es diese andere extreme Seite, die sagt, Simon, du bereicherst dich jetzt total mit diesem YouTube-Kanal und ja, im Endeffekt, ich würde reich werden durch dieses Ganze. Ob das wirklich stimmt, möchte ich heute auch beantworten. Und was mir auch extrem auf dem Herzen liegt, ist ein Video, was ich zuletzt veröffentlicht habe und das wurde offline genommen tatsächlich von YouTube. Es ist für mich sehr, sehr enttäuschend und ich weiß auch nicht, wie ich damit umgehen soll und wie das auch weiter, was das für den Kanal langfristig bedeutet. Ich möchte zuallererst auf den Punkt eingehen. Und diese ganzen Punkte hängen auch ein bisschen zusammen, muss ich auch sagen. Ich würde auch zeigen, also dieses Video wurde mit über 90.000 Aufrufen. Hier kann man es sehen, also es hatte 90.000 Aufrufe aufwärts und es war für mich schon ein Erfolg, auch dieses Feedback zu sehen. Es war sehr, sehr positiv auch. Es ging bei dem Video um ein Interview mit Axel, der ist ein Arzt, beziehungsweise in Deutschland Arzt gewesen und hat Deutschland verlassen und ist nach Paraguay ausgewandert. Also wie man hier sehen kann, 4.000 positive Bewertungen, über 90.000 Aufrufe. Ich habe es am 5.2. veröffentlicht und letzte Woche wurde es offline genommen. Und wenn wir uns mal anschauen, was die Beweggründe hier waren auf YouTube. Ich habe Einspruch erhoben, aber dieser Einspruch wurde abgelehnt tatsächlich. Es ging hierbei um Fehlinformationen über Corona. Ich habe, also Axel tut in diesem Video definitiv seine Meinung über Corona offenlegen. Ich muss auch vorab sagen, ich tue nicht mit allen Punkten 1 zu 1 mit Axel übereinstimmen. Mit dem Interview geht es um Axel, seine persönliche Meinung. Und dieses Video wurde, also mehr oder weniger YouTube hat dieses Video offline genommen, aufgrund dessen, dass er Fehlinformationen verbreitet über Corona. Ich habe YouTube betont, dass es hierbei sich um die persönliche Meinung von Axel handelt. Um ein persönliches Interview, wo er, wo es offenkundig ist für jeden Zuschauer, dass es explizit seine Meinung ist, die halt nicht toleriert wurde und dementsprechend nach der Prüfung offline genommen wurde. Nicht geeignet steht hier. Dieses Video kann auch nicht monetarisiert werden und, und, und. Es wurde, im Endeffekt kann nur noch ich es anschauen. Und wenn man jetzt hier mal drauf schaut, es wurde quasi alles lahmgelegt und offline genommen. Wer sich für diesen Inhalt des Videos interessiert, findet das Video in voller Länge auf unserem Telegram-Kanal. Wenn es interessant für dich ist, was ein Arzt aus Deutschland zu dieser ganzen Corona-Situation auch konkret sagt. Es ist, wie gesagt, seine persönliche Meinung von Axel, die ich wohl hier nicht auf YouTube veröffentlichen kann. Es war insoweit enttäuschend für mich einfach zu sehen, dass es sich hierbei auch meinerseits um eine Menge Arbeit handelt. Also mit jeder dieser Videos, die wir hier über die letzten Monate veröffentlicht haben, steckt eine Menge Arbeit drin. Ich werde auch jetzt gleich offenlegen, was ich zum Beispiel mit diesem Video von 90.000 Aufrufen verdient habe. Aber was viele nicht in Erwägung ziehen, ist einfach, dass ich durchschnittlich mit so einem Video 4 Stunden beschäftigt bin. Vorbereitung für so ein Video. Was viele nicht sehen, ist die Dreharbeiten, das mehrfach verfilmen, der Videoschnitt, das Titelbild erstellen, aber auch den Videotitel zu erstellen, Videobeschreibung, Kommunikation auch mit den Leuten, was mir auch Freude bereitet. Das kann man nicht mit Geld in dem Sinne ausgleichen, weil es mir einfach Freude macht, Rückmeldungen zu kriegen von Familie, Bekannten oder auch Leuten, die sich für Auswandern interessieren, dass man da den Leuten weiterhelfen kann an Punkten, wo ich mir selber schwer getan habe. Und ja, ich verdiene Kleinigkeit damit. Das möchte ich auch heute ganz ehrlich offenlegen. Ich zeige dir jetzt mal ein Beispiel. Schaffe ich ein weiteres Jahr in Paraguay? Ein Video, wo ich 4.500 Aufrufe hatte. Ich zeige dir in dem Fall, was ich hier zum Beispiel verdient habe. Hier siehst du auch ganz klar diese Entwicklung, auch von Aufrufen. Also hier am Anfang hatte man einen Aufschwung. Es hat sich relativ konstant entwickelt. Wurde dann kurz etwas mehr. Und ich habe bis jetzt damit etwas über 11 Euro verdient. 15 Abonnenten dazu bekommen. 4.500 Aufrufe. Das sind jetzt einzelne Videos, die ich dir zeige. Aber ich zeige dir auch gleich die gesamte Summe von allen Videos zusammen. Und ich werde dir auch gleich den Betrag sagen, den ich verdient habe, auch mit den T-Shirts, die ich verkauft habe. Wir hatten einen T-Shirt-Shop. Ich gucke mal kurz, was wäre noch ein weiteres Video. Ich gehe mal ganz am Anfang zu einer der meistgeklickten Videos, nämlich 10 Gründe in Paraguay zu hassen. Das Video wurde jetzt auch bald 20.000 Mal geklickt. Hier zum Beispiel in dem Fall fast 20.000 Aufrufe. 160 Abonnenten sind dazu gekommen und über 20 Euro. Man muss aber auch sagen, hier wirklich 20.000 Aufrufe. Das hat auch nicht jeder Auswanderer Paraguay-YouTube-Kanal eben mal so 20.000 Aufrufe. Oder hier nehmen wir halt das Video von der Hauptstadt, wo wir hier in Paraguay unterwegs waren, eine Rundreise gemacht haben. 1.700 Aufrufe. Und wir haben damit nicht mal einen Euro verdient. Und das wird ja auch noch versteuert. Man muss das auch dazu anmerken. So, und hier sieht man, im vergangenen Monat kamen 300 Euro aufwärts rein, was aber an diesem einen Video lag, wo über 90.000 Aufrufe hatte. Dieses Interview mit Axel, wo relativ gut auch vergütet wurde für die Werbeeinnahmen. Jetzt zeige ich dir auch noch schnell, wie viel der Kanal insgesamt Werbeeinnahmen hatte. Über ein Jahr, seitdem wir diesen Kanal auch betreiben. Hier sieht man die einzelnen Monate. Es hat so in der Regel, wenn ich pro Woche ein Video gemacht habe, geschwankt zwischen 40 und 70 Euro, kann man in etwa im Durchschnitt sagen. Hier mit dem Februar, mit diesem einen Video, was relativ gut geklickt wurde, über 300 Aufrufe. Jetzt machen wir mal mehr Daten. Hier siehst du diesen Gesamtbetrag, den ich an Werbeeinnahmen bekommen habe, mit YouTube, seitdem ich diesen Kanal hier betreibe. Etwas über 700 Euro. Und mit dem T-Shirt-Shop auch noch 100 Euro. Der eine oder andere wird sich fragen, warum ich den T-Shirt-Shop nicht mehr betreibe. Das liegt daran, dass dort so gut wie keiner gekauft hat. Und zum Schluss halt nur engere Leute aus meinem Bekanntschaftskreis. Und das ist jetzt auch nicht der Sinn, einen Shop zu betreiben, bei dem kein Mensch kauft. Deswegen haben wir den einfach offline genommen. Man kann sagen, ein Jahr YouTube über 50 Videos waren für mich 800 Euro. Ich muss sagen, ich bin dankbar für dieses Bruttogeld. Wie gesagt, es wird auch nur versteuert. Aber das ist keinerlei Antrieb, dass ich diesen Kanal betreiben würde. Es geht hier um komplett andere Dinge. Also der eine sagt, ich würde mich bereichern. Der andere sagt, es sei nichts, was man verdient. Ich würde sagen, keiner dieser beiden Seiten hat recht. Ich denke, es ist ein nettes Leckerli bei einem Hobby, was man betreibt. Man hat auch Kameraverschleiß gar nicht mit reingerechnet. Die Kamera, die ich immer mit mir getragen habe. Mikrofone, wo ich mir gekauft habe. Und solche Sachen, dass ich am Ende sagen kann, durch YouTube bin ich null auf null rausgekommen. Wenn nicht sogar ein bisschen negativ, dadurch, dass ich ein Videoschnittprogramm habe. ein Bildbearbeitungsprogramm, was mich monatlich 50 Euro kostet. Das nutze ich aber auch beruflich, muss ich dazu sagen. Deswegen kann man schon sagen, dass ich mit YouTube null auf null rauskomme, was Ausgaben und Einnahmen sind. Aber wie gesagt, YouTube ist für mich nicht der Antrieb des Geldes. Speziell jetzt auch der Auswanderer beziehungsweise besonders der Langexier-Kanal. Aber jetzt weiß es jeder und jetzt gibt es da auch, kann sich jeder eine eigene Meinung bilden und es gibt auch da keinen Grund für Spekulationen oder ja, mir ist im Endeffekt das Geld nicht so relevant. Relevant für mein Leben, weil auch ich Geld zum Überleben brauche, aber nicht relevant, dass ich jetzt mit Langexier meinen Lebensunterhalt bestreite in Paraguay. Wenn dich interessiert, wie viel Geld ich in Paraguay brauche zum Überleben, dann schau im Video vorbei, schaffe ich ein weiteres Jahr in Paraguay. Aber bei dem Stichwort, ja, also es ist tatsächlich der Fall, wir sind jetzt gerade in Deutschland. Aber was nicht daran liegt, dass wir unglücklich sind mit dem Leben in Paraguay, uns gefällt das Leben in Paraguay enorm gut. Im Endeffekt liegt es am gesundheitlichen Zustand meiner Mutter, weshalb wir jetzt gerade frühzeitig nach Deutschland gegangen sind zum Urlaub machen. Aber so oder so war es uns wichtig, einen Urlaub in Deutschland zu machen, um unseren Sohn einfach mal der Familie zu zeigen. Es hat nicht jeder die Möglichkeit, von meiner Familie in Deutschland nach Paraguay zu fliegen, um uns zu besuchen. Deswegen sind wir jetzt quasi Freunden und Familie und Bekannten und Gemeinde entgegengekommen und wollen die Zeit nutzen, um halt unseren Sohn der Familie zu zeigen. Das war was, was sehr an mir genagt hat in Paraguay. Ich sage mal so, das Leben in Paraguay ist für mich sehr viel, also mir gefällt das Leben in Paraguay sehr viel besser als in Deutschland. Aber das Einzige, was mir fehlt, ist halt Familie. Deswegen sind wir jetzt gerade da, um der Familie zu zeigen und gerade jetzt, wo es meiner Mutter nicht ganz so gut ging, haben wir das auch ein bisschen vorverschoben um ein paar Wochen, was wir sowieso vorhatten. Wie lange wir jetzt hier sind, wissen wir aktuell noch nicht. Wir haben ein flexibles Flugticket und wir planen und sind gerade am überlegen, welche Art von Videos können wir in der Zeit anbieten, wie wir in Deutschland sind oder was für Videos wollt ihr zukünftig sehen, wenn wir zurück sind in Paraguay. Ihr könnt diese Vorschläge hier in die Kommentare schreiben oder mir auf Telegram schreiben. Mir war es an der Stelle wichtig, einfach diese Daten offen zu legen. Zum einen, dieses Video wurde offline genommen, nicht von mir und du kannst dieses Video von Axel jederzeit anschauen in unserer Telegram-Gruppe, die du in der Videobeschreibung verlinkt hast. Meine Einnahmen, die ich mit YouTube generiere, kannst du dir selber im Bild machen, ob ich jetzt dadurch reich werde oder nicht. Und genau, in Paraguay sind wir aktuell nicht und wir halten euch auf den Laufenden, bis wann wir zurück sind. Schau im Telegram-Kanal von uns vorbei, dort ist deutlich weniger zensiert als auf anderen Plattformen. Dort findest du viel auch, noch weitere Einblicke übers Auswandern und über unsere Lebenssituation, wie auch das Interview von Axel, was sich darin befindet. Wenn du das noch nicht gesehen hast oder nochmal sehen möchtest, schau da vorbei. Genau, wir sehen uns. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.